Hallo, willkommen bei Entenerzähler. Also, manche Enten haben auch ein paar grüne und blaue Feder gemischt. Die kann man gut erkennen. Die an der Seite haben die ein paar. Manche sind auch wie ein Leopard, nur weiß, schwarz und orange gestreift. Manche haben auch einen blauen Kopf, einen grünen und manche sind auch ganz schwarz. Die kann man gut erkennen, die ganz schwarzen. Und die mit dem grünen Kopf, die kann man auch gut erkennen. Manche, die drehen den Kopf ganz nach hinten und die können den Kopf ganz eine Runde drehen. Und das kann man gut erkennen. Und die stehen meistens auf dem Bein an Land. Geh mal langsam hin. Und sie kratzen sich manchmal unten an den Bädern. Und das ist das Ende von Entenerzähler. Cut! 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 Cut!